Hinter Johannes Oerding liegt eine schwere Zeit. Erst kürzlich wurde die Trennung zwischen dem Sänger und seiner Langzeitfreundin Ina Müller bekannt. Nun flossen bittere Tränen auf der Konzertbühne. Emotionen sind zum Fühlen da. Dieses Motto scheint sich auch Johannes Oerding zu Herzen zu nehmen. Denn der Musiker wurde jüngst von den Gefühlen auf der Bühne überwältigt. Johannes Oerding hat ein Herz für Kinder. Was für ein herzzerreißender Moment, schreibt Johannes Oerding auf seinem Instagram-Kanal und teilt einen Videomitschnitt von einem Konzert. Zu sehen ist, wie ein kleiner Junge aus dem Publikum auf die Bühne geholt wird, denn der kleine Thilo vergießt bittere Tränen während des Abends. Der Grund dafür ist entzückend. Der kleine Fan möchte unbedingt ein ganz bestimmtes Lied vom Musiker hören. Auf der Bühne seines großen Idols darf sich der kleine Zuschauer einen Song wünschen. Von seinen Gefühlen gepackt, wünscht sich klein Thilo. Eins zu eins Gespräch. Mit dieser Auswahl hätte Sänger Johannes Oerding wohl nicht gerechnet. Denn er gesteht, dass er nicht textsicher ist. Dann brauche ich mal ganz kurz ein Handy mit Text. Denn das sind viele Worte, Thilo. Für den kleinen Johannes Oerding-Fan nimmt der Abend ein wahres Happy End. Gemeinsam saß er mit seinem Vorbild auf der Bühne. Während der Musiker sein Lieblingslied singt. Ein wirklich herzzerreißender Moment.